machen wir halt eine kurze runde hat auch vor 18 sekunden also paar sekunden nachdem wir online also die runde statt hat dann aber ich habe schon zu bohr gesagt da muss er jetzt halt mal lernen aus den fehlern zu spät kommt warum hängt eine waffe hier oben hier den gang nach hinten durch Oh, er kämpft in der Ecke, du siehst es ihn einfach nicht, ey. Gut, Junge. Doch, 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 genau so, mein Freund. Einer ist im Hauptgebäude oben, und unterm Dach direkt. Ach, ein paar Hohre wieder hier. Die Waffe ist ja so schlecht gebraucht. Oh, Mann. Nein. Zwecke. 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 Mann. Ah. Hm. Sieh. Ach, geh mal zur Lieferung 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 dernat Ach, geh mal zur Lieferung Ach, geh mal zur Lieferung Schoppaus sind sie drin Was ist denn sein Problem Den abplatten Füssen muss der Weg auch eh nach oben laufen Mann, ey, ich seh ich echt zählen Ach, Mann Gott, das ist schlecht Ach, Mann Ja, aber ich nehme doch den Termin lieber hin Ach, Mann, ja, komm wohl mit Ich hab hier ne Waffe, ey Ich kenne nur so ne Piss Waffen, der hat doch sein Loadout Oh Prezi, Vorsicht Na, hier ist die Waffe von dem Ach, Mann, ey, ich hab den Bock mehr, ey Das ist doch eine Pissung, ey Oh, hier nebenan sind die Wo bist du denn du unter mir? Unter dir Klar, den hat wieder jemand anders Max hat den Max ist ne Fotze Maxi Hast du auch ein Mail, Robert, noch? Ja Ja Komm, willst du runterkommen? Mhm Ich hab hier abgelegt Abgeleashed Nein, jetzt bin ich komplett runtergefallen Ich bin ein dummer Spass Oh, ein Leck Die kommen, die kommen wieder drin Abfahrt, je nach Komm Das ist schön, Skill-based Damage wieder Geil Ja, dieselbe Waffe wie ich Ich schieße zuerst Ich glaube, die können wir Die können wir knacken Die waren jetzt Machbar Dass man ja was reißen konnte Ich glaube, ja, keine Ahnung Wo die sind Keller war der unten Einer Oder was? Naja Ah, der war hier unten In dem In dem kleinen Raum hier drin Den habe ich Den in dem kleinen Raum Ah, geil Da war der Der Bunte da Genau Die landen hier wieder Was ist das der denn? Der Kerl Oh, Alter Ach, hier ist der Wunderbar Ich glaube, dass er noch rum ist Wenn er mit oben war Ich hab ihn nicht da ich hab noch geld falls ich jemand noch eine maske oder so holen will ich lege mal hier ab hier oben ganz hart unten drin ich die bank durchgeglitschte mann keine chance ich hab nicht verstanden warum der so langsam gelaufen ist nicht zu können 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 Ich geh mal links rum Ich geh mal links rum Was war das? Ja. Ja, ihr seid so gut, ey. Boah, das gibt's da gar nicht. Was ist denn los hier ohne Pascal? Flutscht das richtig? Ach, ich dachte, Max hat viel mehr Kills. Ja, wir haben eine gute gemacht. Aber guck mal, du hast 2.000 mehr Schaden gebraucht mit 2 Kills mehr. Ja, typisch. Aber ist okay. Das war mal eine gute Runde. Und Max hat 3, 2 und hat 6. Und hat sogar noch 2 Kills weniger als ich. Okay, Kraut.